Man nehme eine verrückte Idee, ein, zwei Influencer und einen guten Hashtag. Fertig ist die Online-Challenge. Über die sozialen Medien verbreiten sich die meist sinnbefreiten Aufgaben wie ein Lauffeuer. Ein gutes Beispiel dafür war die Ice Bucket Challenge im Sommer 2014. Um auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam zu machen, kippten sich aber tausende Menschen einen Eimer mit Eiswasser über den Kopf und luden die Videos davon auf Instagram, Facebook und Co. hoch. Manche der Challenges sind aber einfach nur idiotisch bis hin zu lebensgefährlich. Bei der Tidepot Challenge filmen sich Jugendliche dabei, wie sie auf Waschmittelkapseln beißen. Das klingt nicht nur unappetitlich, sondern kann im schlimmsten Fall tödlich enden. Mediziner und auch der gesunde Menschenverstand raten dringend davon ab. Nicht ganz so gefährlich, aber ziemlich dämlich ist die Cinnamon Challenge. Dabei soll ein Löffel voll Zimt runtergeschluckt werden. Ein fast unmögliches Unterfangen, das meistens mit krassen Hustenanfällen und Brechreiz endet. Auch irrsinnigen Schönheitsidealen wird im Netz immer wieder hinterhergejagt. Bei der Thigh Gap Challenge präsentieren meist junge Frauen die möglichst große Lücke zwischen ihren Oberschenkeln. Was daran schön sein soll, bleibt ein Rätsel. Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Kylie Jenner Challenge. Um ähnlich voluminöse Lippen wie der Kardashian Spross zu bekommen, werden mithilfe eines Glases, einer Flasche oder eines Staubsaugers die Lippen aufgepumpt. Die Folgen sind blaue Flecken und schmerzhafte Wunden. Gut, dass wir nicht jeden Trend verstehen müssen.